Besser Wissen, der Podcast von golem.de Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter von golem.de und ich befinde mich heute in Garitz, in der Nähe von Hundeluft. Also da bin ich jedenfalls durchgefahren. Außerhalb eines Kulturhauses vor uns die Landstraße. Man hört die letzten Motorradfahrer vorbeiknattern dieses Sommer. Es ist ein wunderschöner Spätsommertag, September. Das Jahr ist 2024 und mit mir hier draußen vor dem Kulturhaus, was inzwischen eine Gaststätte und ein Hotel ist, in dem sich, da kommen wir noch zu, was hier drin stattfindet, befindet sich René Maier und wir reden über sein Buch. Aber ich sage jetzt mal, wir sitzen hier so schön draußen und wir haben beide vor uns eine Kapitalistenbrause. Du eine Coca-Cola, ich eine Pepsi-Cola, obwohl ich sonst nie in meinem Leben Cola trinke, aber ich dachte mir, ich passe mich dir an. Das ist beim heutigen Thema, also das wäre jetzt vor der Wende nicht so drin gewesen. Also wir hätten hier schön sitzen können, wir hätten uns treffen können vor der Wende. Ich wäre sehr klein gewesen. Wie alt warst du, 89? Jahrgang 70. Du warst also sieben Jahre älter. Du hättest mich nicht mit dem Hintern angeguckt, weil ich ein kleiner Pfiffi gewesen wäre. Ich wäre wahrscheinlich als Pionier vielleicht mal vorbeigekommen oder wenn Garitz ein FDGB-Heim gehabt hätte, wäre ich hier gewesen. Aber wir hätten keine Cola getrunken. Vita-Cola hätten wir getrunken. Wir hätten vielleicht Vita-Cola getrunken und vielleicht hätte es, wenn es ein FDGB-Heim gegeben hätte, auch einen Polyplay-Automaten geben können. Und damit sind wir beim heutigen Thema. Du hast ein Buch geschrieben. Nicht nur eines, glaube ich. Du hast mehrere Bücher in deinem Leben schon geschrieben, wa? Natürlich. Okay. Du hast ein Buch neulich geschrieben und das ist gerade veröffentlicht worden im Verlag Das Neue Berlin. Ich dachte Eulenspiegel Verlag, aber ich sehe, es heißt Das Neue Berlin. Es ist ein Label, also Eulenspiegel ist richtig, Eulenspiegel Verlagsgruppe und das Label ist aber Das Neue Berlin. Und es heißt Von Robotron bis Polyplay. Und wie der Name schon leicht vermuten lässt, geht es um DDR-Computer. Fangen wir erst mal damit an. René, du bist jemand, der sich sehr mit der Geschichte von EDV, also alten Computern und so weiter, beschäftigt. Aber was machst du? Ist das auch dein hauptberufliches Ding? Und wenn ja, wie bist du dazu gekommen? Als die Wende kam, hatte ich gerade mein Abitur gemacht. In der 10. Klasse 86 bekam ich das Angebot, mit der Schulklasse an einem Basic-Kurs der Uni Leipzig teilzunehmen. Und da hatte mich das Computerfieber gepackt. Ich hatte zu DDR-Zeiten keinen eigenen Computer, konnte aber in die verschiedenen Computerkabinette der Uni gehen und dann auch der Technischen Hochschule Leipzig, um an diesen kleinen Computern zu spielen und zu programmieren und programmieren zu lernen und mich mit anderen auszutauschen und auch die Listings auszudrucken. Die waren im Prinzip offen. Man konnte sowieso in das Gebäude gehen und konnte auch in das Computerkabinett. Anders als heute ist, wo die abgeriegelt sind, konnte man einfach rein. Niemand hat gefragt, was ein Schüler da macht. Ich bin also nach der Schule regelmäßig in diese Kabinette gefahren. Und als dann die Wende kam, habe ich nach Zivildienst und im praktischen Jahr Informatik begonnen. Ich fing gleichzeitig an zu schreiben. Computerartikel, das war gerade für Tageszeitungen Anfang der 90er Jahre ein dankbares Thema. Anfang der 90er Jahre, da kam Windows 3.0 raus. Immer mehr Leute kaufen sich ein PC in den 90er Jahren. Wurde dann auch online gehen. Modern, das war also eine fruchtbare Zeit. Und ich konnte für viele Tageszeitungen schreiben, aber auch für Fachmagazine. Habe es dann auch mit Büchern probiert. Und eins der ersten Bücher wurde da ganz überraschend ein Bestseller, woraus eine ganze Serie entstanden ist mit rund 30 Büchern. Mogelpower. So, Cheats. Cheats und Komplettlösungen. Und das ist etwas, was mich heute immer noch beschäftigt. Die Mogelpower-Buchserie, die gibt es schon lange nicht mehr, aber die Website gibt es immer noch. Und ich pflege die immer noch, dann und wann. Und die Website, die bringt Werbeeinnahmen. Und das sind eines der drei Teile, mit denen ich versuche, über die Runden zu kommen. Das Zweite ist, dass ich heute immer noch Artikel schreibe, vor allem über die Geschichte des Computers, des Computerspiels und auch Filme, Filmjubiläen. Beispielsweise 30 Jahre Jurassic Park, 40 Jahre Tron, Blade Runner, so etwas. Und das Dritte ist, dass aus dem Arbeitsarchiv von Mogelpower und eines Journalisten eine große Sammlung entstanden ist, die ich ausstelle. Es fing an, ich komme aus Leipzig, wir hatten damals die Games Convention, die Spielmesse. Da fing es an, dass ich zum ersten Mal meine Sammlung ausstellen konnte. Und das war schon ein großes Ding, wenn man so seine alten Spielkonsolen und Heimcomputer auf einer großen Messe ausstellen kann, mit mehreren hunderttausend Besuchen und niemand schimpft. Als Journalist bekommt man ja nie Lob, sondern immer nur Kritik, wenn man es falsch gemacht hat. Aber das ist etwas sozusagen etwas Kritikfreies. Und alle freuen sich, alle kennen das auch. Bis zu heute motiviert mich das immer wieder, wenn ich irgendwo ein Super Nintendo aufbaue oder eine Playstation mit Tekken 3. Das kennt jeder, das mag jeder spielen. Und das sind so diese drei Dinge. Also Mogelpower, Artikel und Bücher schreiben und so Veranstaltungen. Retro-Ecken auf Veranstaltungen. Du sagst, da bist du in so ein bisschen so einer kritikfreien oder weniger kritischen Zone. Ich kenne das auch so ein bisschen. Ich denke mir auch immer, ja klar, hast du halt bei dem Retro-Kram. Was willst du da jetzt groß? Das ist jetzt nicht so ein Aufreger-Thema für die meisten Leute. Aber es gibt dann schon auch noch die Leute, die immer alles besser wissen. Die müssen dir doch auch über den Weg laufen, oder? Ja klar, erstmal gibt es immer noch diese Grabenkämpfe. Heute immer noch Atari gegen Commodore. Witzigerweise. Da gibt es zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Fotogalerie mache, dann gibt es tatsächlich Leute, die zählen dann ab, wie viele C64-Zeit sind und wie viele Ataris. Aber als Journalist habe ich bei weitem nicht so viel Ahnung wie, und als Ossi bei weitem nicht so viel Ahnung wie jemand, der die C64-Zeit tatsächlich miterlebt hat oder die Atari-Zeit. Ich schreibe ja oft über Dinge, in die ich mich erst einarbeiten muss. Und da kann es sein, zum einen, dass ich fachlich Fehler mache oder auch, dass ich eine Meinung habe, die anders ist als die von anderen. Das gibt es auch manchmal. Ich denke, ja, ich verstehe auch da, was du meinst. Aber ich denke dann auch oft, ganz oft sind das zutiefst subjektive Einblicke, die man auch damals hatte. Im Gegensatz zu heute, wo du sagen kannst zum Beispiel, ich muss nur kurz ein bisschen das Internet abgrasen, um mehrere Meinungsströmungen zu einem bestimmten Thema rauszufinden. Und das sind auch die Meinungsströmungen, die in der Gesellschaft vorherrschen. Damals war das nicht so. Nur weil in deinem Ort die Leute den Grabenkampf so ausgefochten haben und die Disketten-Geschichte so und so lief, muss das nicht heißen, dass das woanders auch so war. Oder wenn du nur alleine mal nimmst, wir alle kannten damals die großen Namen von den Leuten, die die Spiele geknackt haben. Die hatten irgendwie bunte Vorspänne vor ihre und jeder kannte die. So, wer ist jetzt eine bekannte Gruppe? Die waren europaweit, das waren klitzekleine Vereine. Da waren vielleicht zehn Leute, die saßen irgendwo auf einem Dorf in Dänemark. Und trotzdem hat das so geprägt. Weißt du, was ich meine? Das ist alles auch total subjektiv, wie man was erfahren hat, finde ich. Da ist es schwer zu sagen, das ist die eindeutige Wahrheit. Also das macht aber das Thema auch total schön, wie ich finde. Und du hast dich diesem Thema, wie ich finde, eben in dem Buch auch genauso genähert. Du hast nicht eine Auflistung von DDR-Computern gemacht, was man hätte machen können, was auch ein interessantes Thema ist und deren Geschichte zu beschreiben, sondern du hast das alles total gewürzt mit ganz vielen einzelnen Geschichten von Personen, von Leuten, die damals einen Computer gekauft haben, mit ihnen umgegangen sind oder an ihnen gearbeitet haben oder an der Erschaffung des Computers gearbeitet haben. Du hast tonnenweise Zeitzeuginnen und Zeitzeugen befragt und das alles schlägt sich darin nieder. Das muss in der Heidenarbeit gewesen sein. Wie lange hast du daran gearbeitet und wie schwer war es wirklich? Irre. Also das ist ja im Prinzip die zweite Ausgabe eines Büchleins, was es schon mal vor fünf Jahren gab. Computer in der DDR von der Landeszentrale für politische Bildung allein. Das hat über ein Jahr gedauert. Am Anfang gab es nur die Idee, ich möchte ein Buch schreiben über die Computerszene in der DDR, in deren Teil ich war. Die Kleinkomputerszene. Und dann sagten aber Leute, ja, du musst aber noch diesen Rechner aufnehmen und jenen. Und als jemand, der zur Wende gerade mal so 18, 19 war, wusste ich gar nicht, wie groß diese Mikroelektronikindustrie in der DDR war. Das waren ja rund 100 Betriebe mit mehreren 100.000 Beschäftigten. Und es gab so viele. Es gab die Kleinkomputer, die Bürocomputer, Lerncomputer, sogar Schachcomputer. Also es gab Spielautomaten, die Spielkonsole, dann gab es auch noch Schreibmaschinen, also elektronische Schreibmaschinen und vieles mehr. Und dann hat sich das so langsam geformt. Ich habe eine Lösung gefunden, in dem das so ungefähr 100 einzelne Kapitel war. Also kein festes Werk, sondern einzelne Abschnitte. Das macht es immer leicht, die dann auch in der Reihenfolge zigmal umsortiert worden sind. Also das war ein Riesenaufwand, zumal es auch über viele Dinge gar keine Texte gibt, also gar keinen Ursprung. Es gab so einige Fachzeitschriften oder ja, es gab Fachzeitschriften in der DDR. Letzten Endes war am interessantesten, am ergiebigsten das Neue Deutschland, die SED-Tageszeitung, weil die so unheimlich viele Artikel brachte. Die hatte also jeden Tag seitenweise eng betrunkte Sachen und die hatten richtig große Messeberichte. Zum Beispiel, wenn Robotronen in Moskau ausgestellt hat oder so Themen wie Schach-Olympiade oder Jugendprogrammierwettbewerb oder wenn eine Schule in Ilmenau ein Computerkabinett eröffnet hat, dann gab es in Neuen Deutschland so einen Bericht und mir war das vorher gar nicht klar. Und das Neue Deutschland hat auch eine tolle Volltextsuche, wo man so seit 1946 glaube, wo man so nach Begriffen suchen kann, wie Computerkabinett, Computer AG suchen konnte. Und dann hat man einen tollen Artikel gehabt und dann, wenn da ein Name dabei steht, dann kann man auch nach den Leuten googeln und die meisten sogar noch anrufen und dann freuen sie sich, hallo, sie hatten doch 1986 dort ein Computerkabinett eröffnet. Und die freuen sich dann meistens, weil sie zum ersten Mal auch davon wieder hören. Dann war es eben halt irrsinnig aufwendig, diese Zeitzeugen zu finden, dann die Texte zu bearbeiten von diesen Zeitzeugen. Und hier sind ja auch irrsinnig viele Bilder drin und das war der dritte große Akt. Also erstmal sind es viele Bilder, die ich selbst gemacht habe, arrangierte, die Taschenrechner zum Beispiel, dann Fotos, die ich in Museen gemacht habe. Und nicht so viele, weil ich ja zeitgenössische Fotos wollte, zeitgenössische, authentische Fotos aus den 60er, 70er, 80er Jahren, möglichst in Farbe mit richtigen Menschen. Und da musste ich erstmal lernen, welche Archive haben solche, wenn man zum Beispiel in der Stadtverwaltung anruft von großen Städten, die damals Computer gebaut haben, die haben meist gar nichts. Sehr ergiebig waren Uni-Archive, das hatte ich so gar nicht gedacht. Also so Uni-Archive Dresden beispielsweise, die hatten einen ganzen Katalog von vielen tollen Fotos geschickt, die eben halt authentisch von damals waren. Oder Stadtmuseum Zellamelis, da war ich mit meiner Familie vor einigen Monaten und die hatten so eine tolle, sowas wie ein Plakat mit vielen tollen Fotos. Und da habe ich die angemeldet und gesagt, diese tollen Fotos können Sie mir die schicken. Und innerhalb von einer Stunde hatte ich einen großen Zipp-Ordner bekommen mit authentischen Fotos von damals. Dann wurde ein Museum aufgelöst in der Nähe von Leipzig, wo ich kombi-weise Dinge abgeholt habe. Und da sind auch Rechner dabei, die ich dann eben fotografieren konnte. Große Tischrechner, so groß wie eine Schreibmaschine. Aber auch zum Beispiel Messeprospekte von Robotron aus den 60er Jahren, wo ich dann illegal einige Bilder rausgescannt habe. Und das macht das Buch so aus, dass die allermeisten Fotos, die in einem Buch zu sehen sind, die hat noch nie irgendeiner gesehen. Da sind schöne Bilder dabei. Ich habe teilweise die Bilder, also ich muss dazu sagen, ich bin ja auch jemand, der an dem Thema total interessiert bin und da immer dran bin. Ein paar von denen habe ich auch, ich habe mindestens eines davon, hängt sogar an meiner Wand. Auf jeden Fall mussten die beiden Lieblingsbilder hinein. Das, wo der, das war, glaube ich, der 32, das war der Megabit-Chip, diese 6,5 Meter lange Bahne ausgedruckt. Also der Chip auf dieser langen Bahne, der muss immerhin rein, weil ich das so liebe. Und das zweite Foto... Das Bild, müssen wir kurz erklären, das Bild zeigt den Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker und im Geben von anderen älteren Herrschaften und im Hintergrund wird entrollt, dieses meterlange Banner, wo eben der Ausdruck von dem Chip sozusagen... Und das andere tolle Bild, was ich unbedingt wollte, ist, wo dieser Empfang zu 750 Jahre Berlin, wo der PC-1715 auf dieser Parade gezogen wird. René, jedes Mal, wenn ich dieses Bild sehe, ich habe mich neulich erst darüber aufgeregt, mit meiner Frau habe ich es mir angeguckt und habe gesagt, wie können die das... Also ich meine, man muss dazu sagen, dieses Bild, wir können es auch verlinken, Es zeigt mehrere junge Frauen in der Rheinraumkleidung auf einer großen Straße in Berlin, die Handwagen ziehen, auf denen notdürftig zusammengezimmert eine Abdeckung ist, auf dem jeweils ein 20.000 Mark teurer PC-1715 steht. Und dabei winken sie fröhlich in Richtung der Menge. Das ist ein so absurdes Bild. Hätten sich nicht die Mühe machen können, wenigstens einen hübschen Wagen zu nehmen. Weil man sieht im Hintergrund total viele hübsche Wagen und die hatten bei dieser 750-Jahr-Feier, hallo, die nächsten Motorradfahrer. Die werden auch öfter kommen wahrscheinlich hier. Aber ist okay, das trägt zum Ambiente dabei. Hätten die sich ein bisschen Mühe geben können bei der Präsentation dieser Rechner. Und ich meine, die Straße, das ruppelt doch, wenn du dich an diese Handwagen erinnerst. Ich habe es vor mir, wie es sich anhört, wie es sich anfühlt. Das muss alles so ein Mist gewesen sein. Wer hat sich das ausgedacht? Aber es ist ein tolles Bild. Ich verstehe, wieso das alles ist. Das ist so ganz was Lieblingsbilder. Ja, ist es. Auch das Titelbild ist übrigens super. Man muss sagen, es ist gemogelt. Es ist nachkoloriert. Also das Bild ist schwarz-weiß. Das habe ich von der Leipziger Messe bekommen. Das zeigt auch die Leipziger Messe. Ich habe das dem Verlag geschickt und habe vorgeschlagen, wie wäre es denn, wenn man das koloriert. Und es ist absolut fantastisch. Als ich das neue Buch zum ersten Mal in meiner Hand hatte, ich saß eben in einem Biergarten, so ähnlich wie mir. Das lag auf dem Tisch. Da kam schon jemand an und hat gefragt, was ist das für ein Buch? Weil das eben so auffällig ist, dieses Cover. So, wir arbeiten uns ein bisschen durch. Wir werden im Rahmen dieses Podcasts natürlich diesen Buch, wir werden nicht alles machen, aber das ist ja auch in Ordnung. Man soll ja auch noch selber drinnen lesen können. Aber ich habe mir überall so ein bisschen Notizen gemacht. Mal sehen, wie viel wir davon schaffen. Und wir fangen mal ganz vorne an. Ganz am Anfang schreibst du eine Sache, über die ich in diesem Podcast auch schon berichtet habe. Und da hatte ich mich unterhalten mit einem Parteisekretär aus, ich meine Dresden, der an der Halbleiterfertigung beteiligt war, wo es darum ging, dass die Halbleiterindustrie ein für die kleine DDR so absurd teures und großes Unterfangen war, dass sie mit ziemlicher Sicherheit dazu beigetragen hat, dass der Staat am Ende auch pleite gegangen ist. Also ein Haufen andere Dinge haben auch dazu beigetragen. Aber du schreibst das ja auch, du formulierst das sehr nett. Du sagst, geschaffen von Menschen mit pfiffigen Ideen in einem Land, das sich auf allen denkbaren Kanälen dem Chip-Zeitalter zuwendet. Und vielleicht trägt die enorme Kraftanstrengung eine Computerindustrie aufzubauen, die alles besser machen soll, zum Ende des Startes bei. Und wenn man sich anguckt, also ich meine, na klar kann man immer dicke Bücher zu allen möglichen Themen veröffentlichen, aber du hast ja in dem Buch noch nicht mal wirklich alle Hintergründe drin, die man haben könnte. Du zählst zwar viele von den Aspekten auf, aber wenn man sich überlegt, dass die DDR nicht nur große Rechner für Industrie, für Fertigung, für computergestützte Manufaktur, Catcam, wie es das damals hieß, hatte, sondern eben auch kleinen Computer für, ich würde jetzt nicht sagen, für den alltäglichen Gebrauch, aber zumindest haben sie es in die Richtung probiert. Dann alles dazwischen, bis hin zum Bildungskomputer, zum kleinen Bastelcomputer. Und das alles in diesem winzigen Land, das ist, wenn man von oben drauf guckt, schon wirklich eine riesige Menge, finde ich. Es ist so schwer zu greifen, denn einerseits sagt man ja immer, die DDR, die hingen Jahre hinterher, und das war auch so, und diese Geräte, die waren auch wesentlich teurer. Dieser PC-1715-8-Bit-Rechner hat 20.000 Ostmarke gekostet. Also man hing Jahre hinter dem Westen hinterher, aber auf der anderen Seite hat Robotron Milliarden Umsätze gemacht, indem sie die Hälfte ihrer Produktion exportiert hatten in den Ostblock, wo es noch schlechter ging. Also die DDR, die war so mittendrin, die hing hinter dem Westen hinterher und war aber gleichzeitig das führende Mikroelektronik-Land im ganzen Ostblock, inklusive der Sowjetunion. Die Hälfte der Produktion des PC-1715 wurde in die Sowjetunion exportiert. Die waren froh, die so einen Bürorechner bekommen haben. Und auch in Schreibmaschinen wurden zum Beispiel exportiert oder Taschenrechner übrigens auch im Westen. Doga im Kleiderkanalob, Präsident. Also die DDR, die hat tatsächlich in den Westen produziert, exportiert, Schreibmaschinen, Drucker und Taschenrechner und hätte das noch mehr gemacht, das Problem war, dass es nicht wirtschaftlich war. Also ein Taschenrechner, der hat in der DDR mehrere 100 Mark gekostet. Also es hat rechnerisch keinen Sinn gemacht, so volkswirtschaftlich mehr in den Westen zu exportieren, weil man dadurch einerseits die teure Westmark bekommen hat, die wertvolle, aber andererseits zu einem hohen Preis bezahlt. Du hast hier gleich am Anfang ein Zitat drin von Werner Jarowinski, Vorsitzender des Ausschusses für Handel und Versorgung aus dem November 89, wo Sachen dann auch mal langsam so ein bisschen offener angesprochen wurden, das genau in diesen Kanon passt. Also ich finde das, das kannte ich auch nicht, das Zitat. Und ich finde das bemerkenswert, deswegen lese ich das jetzt auch noch mal vor hier. Wir haben für die Mikroelektronik ausgegeben 14 Milliarden. Jetzt sage ich euch mal, was das kostet und was die Produkte bringen. In der Presse, in der Öffentlichkeit, in den Medien haben wir dargestellt, wie ungeheuer wichtig das ist für die ganze volkswirtschaftliche Entwicklung und was das in Zukunft noch bringen wird, um alle anderen Fragen lösen zu helfen. Für Konsumgüter und so weiter. Der Speicherschaltkreis 64 Kilobit, unsere Hauptproduktion gegenwärtig, 8,9 Millionen Stück Produktion, der Betriebspreis 40 Mark, der Weltmarktpreis 1 Mark, 1 Mark bis 1 Mark 50. Der Speicherschaltkreis 256 Kilobit, das ist der, der groß angekündigt in die Produktion gegangen ist, der kostet bei uns reine Kosten 534 Mark. Der Weltmarktpreis beträgt gegenwärtig 4 bis 5 Valutamark. 4 bis 5 Valutamark genossen. Die Stützung allein bei diesem Schaltkreis 517 Mark. Also ja, das sind Größenordnungen, das ist völlig unvorstellbar. Und trotzdem haben sie bis zum Ende, ich meine, andersrum, trotzdem, sie hatten ja auch keine Wahl. Also man hätte es auch nicht anders machen können. Man hat gesehen, was mit denen passiert ist, die es nicht gemacht hat. Also die, die gar nichts hatten. Die, die, die dann abgehängt waren. Insofern war das, was man gemacht hat, das, was man hätte machen können, oder? Man darf als Westdeutscher auch nicht zu sehr überheblich auf die DDR schauen, denn mit der westdeutschen Computerproduktion saß ja auch nichts Dollar aus. Die Bundesrepublik, die hat ja auch versucht, die wollte ja auch unabhängig sein vom Silicon Valley und von Intel und IBM. Und die hatten es ja auch probiert. Und abgesehen von Siemens gab es gar nicht so viel. Es gibt zum Beispiel keinen einzigen westdeutschen Heimcomputer. Es gibt im Prinzip auch keine Spielkonsole, außer der einen, die immer wieder aufgezählt wird von Intertonen. Hey, jetzt aber nichts gegen meine Intertonen, bitte. Ja, aber auch die ist wie die DDR. Also ja, zu der Intertonen will ich auch noch was schreiben. Da bin ich seit bestimmt anderthalb, zwei Jahren dran, rauszufinden, auf welchem Design die basiert. Jetzt schweifen wir ein bisschen ab, aber weißt du Näheres? Es gibt da einen wirklich tollen Wikipedia-Artikel dazu, wo man vieles lesen kann. Klar, das war ja auch noch Ende der 70er. Also da war noch alles frisch und neu. Und die Spiele, die waren noch alle sehr, sehr einfach. Das habe ich alles hinter mir. Ich bin da schon weiter. Es gibt irgendwie, glaube ich, es geht irgendwie in Richtung London, dass das Ding sozusagen in England mehr oder minder entworfen wurde. Aber es ist irgendwie nicht sicher. Weil wie kommt die Hörgeräte-Firma, also die natürlich eine Geschichte hatte, in dem sie vorher Pong-Konsolen gemacht hat, dazu jetzt aus dem Stand, eine Konsole mit Wechselmodulen auf den Markt zu bringen, wo noch nicht mal Atari damit durch. Also das finde ich schon sehr merkwürdig, dass eine westdeutsche Firma das aus dem Stand aus eigener Kraft macht. Aber okay, wir sind abgeschweift, wir bleiben in der DDR. Und ich gehe noch nicht in die Bundesrepublik. Wir gehen mal, also am Anfang der DDR war das ja so, dass wie auch sonst auf der Welt das noch nicht durch war, dass Computer ein wichtiges Ding wären, dass Halbleiter ein wichtiges Ding waren. Aber man hat das relativ schnell mitbekommen und versucht, zumindest in der Forschung damit beizusein. Also man war da am Anfang, genau wie die Sowjetunion, jetzt nicht so weit entfernt vom Westen. Am Anfang konnte man auch ja noch nicht so viel mit diesen Computern machen. Also wenn man zum Beispiel so einen Robotron 300 haben wollte, der hat mehrere Millionen Mark gekostet und man brauchte einen ganzen Flachbau und musste dann alles umstellen. Also in den Betrieben war das zunächst keine so große Erleichterung am Anfang. Und viele von den ersten Computern, das waren eben halt Einzelstücke, die gar nicht auf der Serienfertigung ausgelegt waren und wo auch sehr wenig Leute damit überhaupt in Kontakt kamen. Wer hat in den 50er Jahren je einen Computer gesehen oder vielleicht noch in den 60ern so gut wie niemand. Das sind dann diese Modelle, die dann aber zu Tischrechnern irgendwann wurden. Ich sehe jetzt als Markenname dann Oprema, dann diese D1 bis D4. Gibt es von denen überhaupt noch überlieferte Exemplare? Weil ich kann mir vorstellen, dass dadurch, dass so wenig hergestellt wurden, das auch so ein bisschen wahrscheinlich schwierig ist, da erhalten, also dass da noch welche erhalten sind, oder? Nochmal kurz zu dem anderen. Vorher, man darf auch nicht vergessen, wie das so war, man hatte keine Bildschirme an Computern und wenn man irgendwas berechnet haben wollte, da ist man mit einem Karton voller Lachkarten in die EDV-Abteilung gegangen und hat dann am nächsten Tag einen Ausdruck bekommen. So war Computer damals. Viele von den ersten Computern, das ist nicht nur in der DDR so, sondern in anderen Ländern auch, waren Einzelstücke, die so groß waren wie ein Gebäude oder wie ein Raum und die gibt es nicht mehr. Von der ZR1, das heißt Rechenautomat 1, ist ein Foto im Buch. Das ist das einzige Exemplar, was es noch gibt in der Technische Sammlung Dresden. Da steht auch Robotron 300. Davon gibt es auch vielleicht noch ein, zwei oder drei, weil das ist ja ein richtiges Ensemble, was 50 Quadratmeter umfasst. Was zum Beispiel auch damit einfließt, ist diese irrsinnig schnelle Entwicklung innerhalb von 20 Jahren. Wenn man so überlegt, in den 50ern waren das riesengroße Großrechner und 20 Jahre später waren dann schon die 70er, Mitte der 70er Jahre, im Sci-Computer. Die waren so groß dann wie ein, ja, wie ein Desktop-Computer eigentlich. Also innerhalb von 20 Jahren sind die Computer von einem großen Raum auf einem kleinen Desktop größer geschrumpft. Das heißt, man hat auch nicht daran gedacht, die aufzuheben. Damit braucht man den Platz. Übrigens auch bei Filmquisiten, das ist ja ganz so ähnlich, von den größten Filmen, die man sich vorstellen kann, gibt es die Requisiten auch, aber die ganzen Filmbühnen kaum noch. Also die ganzen Kulissen und so, viele von den Teilen. Klar, das waren ja auch Wertstoffe. Also ich meine, man schmeißt das ja auch nicht, also man lässt das da nicht stehen, wenn man da das Kupferl oder irgendwas rausholen kann, dann macht man das natürlich auch. Selbst Filme, also frühe Stummfilme, davon sind irgendwie 80, 90 Prozent verloren gegangen, weil man gar nicht daran gedacht hat, die aufzuheben. Die wurden ein-, zweimal gezeigt und dann hat man sich nicht aufgehoben. Der Ursprung von Robotron, also Robotron, wenn man im Ausland, ich habe zum Beispiel ein Robotron-T-Shirt, wenn ich im Ausland natürlich rumlaufe, dann denken die Leute an das Spiel Robotron, was tatsächlich auch nicht von der Hand zu weisen ist, aber der Name ist tatsächlich sehr alt. Das wusste ich auch nicht. Das hast du hier drin auch nochmal aufgedröselt. Schon in den 50ern ist der angemeldet worden und Alternativen wären gewesen Kalkutron und Memotron. Ich finde es toll. Ich möchte auch ein Memotron und auch ein Kalkutron-T-Shirt haben. Das Robotron-Logo sah am Anfang völlig anders aus und auch sehr merkwürdig. Das sind auf jeden Fall Zeichen des Sputniks und des Wimpels zu erkennen. Und später sieht es aber wirklich, ich finde, das sieht auch schön aus. Das hat so einen modernen, alles klein geschrieben und so weiter und so fort. Und dann gibt es, wie du schon gesagt hast, sehr viele Kombinate. Also es ist ja nicht wie im Westen, dass es dann einzelne Firmen gibt, sondern es gibt die Kombinate und da arbeiten tatsächlich, du hast da auch so eine schöne Auflistung hier drin, die ich jetzt hier auf Anhieb nicht finde, obwohl ich mir natürlich tausend so eine kleine... Relativ weit vorne. Die ist relativ weit vorne, genau. Aber es ist auch egal, die genauen Zahlen. Doch, da sind sie. Alleine das VEB Mikroelektronik Erfurt, wo der von uns erwähnte... Kleinkomputer. Unter anderem der Kleinkomputer. Ich dachte, da wäre der 1715 auch gefertigt worden. Der kommt aus Sömmerdar. Sömmerdar, genau. Das ist Robotron. Das ist Robotron. Und alleine dieses Robotron-Werk hat fast 70.000 Leute beschäftigt in Sömmerdar, was ein Klecks auf der Landkarte ist. Und das Gleiche gilt, also gut, Erfurt und so. Aber da sind 60.000, hier sind 60.000, Carl Zeiss Jena hat 60.000, Berlin Treptow hat 30.000, bei uns um die Ecke war Teltow, da steht jetzt hier keine Zahl, aber ich weiß, dass da auch ewig viele Leute gearbeitet haben. Ich habe ja frech ins Vorwort geschrieben und sehr provokativ, dass Robotron größer war, Ende der 80er Jahre, größer war als Apple, Atari und Commodore zusammen. Und das ist nicht gesponnen, das war tatsächlich so, sowohl was die Mitarbeiter betrifft, wie aber auch den Umsatz. Die hatten also Milliarden Umsatz gemacht. Klar, man kann das wirklich schwer ausrechnen, DDR-Mark gegen Westmark. Ja, also das... Und die hatten wahrscheinlich sogar mehr Gewinn gemacht als Commodore und Atari. Gut, wie in Aluminium. Ja, ja. Also da steckt eben halt auch schon eine produktive Leistung dahinter, dass die Dinge auch entstanden sind. Und dann geht es schon gleich los. Also klar, das gibt die großen Rechner, aber man will, man will, man hat auch einen Bildungsanspruch in der DDR und versucht natürlich auch die Jugend ranzuführen. Und es gibt tatsächlich Computerspielzeuge, also Dinge, bei denen man selber irgendwas verdrahten kann, die ich auch nicht kannte. PicoDat ist so eins. Was konnte man damit machen? Das war im Prinzip auch ein Klon von einem westlichen Gerät. Und da konnte man so einfache Schaltungen zusammensetzen, zusammenstecken und und oder und so kleine Spiele machen hier. Oder es ist eine Eisenbahnsteuerung. Das ist auch ein Bild von damals. Dass man die, 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 seine kleine Modellhausenbahn steuern kann und die Weichensteuerung und so. So kleine Aufgaben, auch kleine Spiele konnte man zusammenstecken, so Drahtverbindungen noch ohne, ohne Mikroschip generell. Damit wollte ich mich noch in dem Buch beschäftigen. Generell war Spielzeug in der DDR ein sehr wichtiger Produktzweig und die haben auch sehr viel Spielzeug nicht nur produziert, sondern auch exportiert. Deswegen finde ich eines der Gründe, warum die DDR Computerspiele von Anfang an so mochte, weil generell die DDR ein Spielzeugland war. Und Spielzeug waren... Die hatten so viel Spielzeug, hatten so viel Kram. Wichtiger, wichtiger Exportzweig. Diese ganzen, also es wurde sehr viel in andere Länder exportiert, auch im Westen, Spielzeug so. Es sah auch alles unterschiedlich aus. Also wirklich in der DDR gab es ja ganz viele Sachen, wenn ich so zurückdenke, die wirklich sehr uniform aussahen. Also wenn du dir überlegst, die Schrankwände, also mal abgesehen davon, dass Sprelerkarten ein bisschen heller und mal ein bisschen dunkler war, aber grundsätzlich sahen die so ziemlich alle gleich aus. Aber wenn du dich an das Kinderspielzeug erinnerst, das war wirklich extrem divers. Also das war, ob es nur Plastik war, ob es Holz war oder irgendwas, aber es war immer irgendwie anders. Es hatte keinen durchgehenden Stil oder war irgendwie gleichförmig. Fand ich schon, jetzt wo du es sagst. Es gibt einen tollen Bildband, der heißt genauso DDR-Spielzeug. Also da sind irrsinnig viele, für mich werden da auch Erinnerungen wach, was es da so alles gab. Was war dein Lieblingsspielzeug? Kannst du dich erinnern? Ich habe sehr viel mit Indianern gespielt, dieses Indianer-For und Cowboys und so. Dann mit diesem DDR-Lego sehr viel gebaut. Oh Gott, das fand ich so frustrierend. Das hat nie richtig gepasst. Ich meine, da gab es eine Version, wo du dir Ostneubauten selber zusammenstecken konntest. Das war total frustrierend. Fand ich ganz furchtbar. Diese, ja, es gab ganz verschiedene. Und dann habe ich auch diese Metallbaukästen sehr gemocht, in denen man so Dinge zusammengeschraubt und gebaut hat. Ja, ich meine, ich hatte ein, nicht alles von dem DDR-Spielzeug war jetzt irgendwie so, wie soll man sagen, friedensfördernd oder in irgendeiner Weise so bildungskonform. Also ich meine, dass ich eine AK-47 hatte mit Fünnplätzchen zum Schießen. Ich hatte einen Plastikschwert. Ich hatte einen ferngesteuerten Panzer. Das hört sich jetzt voll an, als ob ich irgendwie in einem sehr militaristischen Haushalt aufgewachsen wäre. Aber bin ich gar nicht. Fällt mir nur gerade ein. Und ich hatte einen ferngesteuerten Mercedes-Puch. Ich habe keine Ahnung, wo der herkam. Aus dem Westen. Ich bin mir nicht, ich glaube nämlich nicht. Ich glaube nicht, dass wir, also wir hatten keine, wenn es danach geht, oft hast du ja von der Westverandschaft irgendwas, sowas hatten wir gar nicht. Also ich kann mir das nicht vorstellen, weiß ich nicht. Egal. Gehen wir weiter dazu, was wir auch noch alle nicht hatten. Nämlich, wir haben jetzt schon erwähnt, es gibt, also klar, man kann in Spielzeugladen gehen und dieses Pico-Ding kaufen oder auch sonst. Was man aber nicht machen kann als normaler DDR-Bürger, ist in irgendeinen Laden gehen und sich einfach mal eben so einen Computer kaufen. Das war nicht drinnen. Also obwohl es ja Kleinkomputer, 8-Bit-Computer und außerhalb der professionellen Anwendungszwecke ab spätestens den 80er Jahren solche Rechner gab, konntest du die nicht einfach kaufen. Genau, eigentlich so fast der einzige, den man kaufen konnte, der Z1013, der dafür gedacht war. Da musste man ein Jahr warten und musste dann nach Erfurt in ein Geschäft fahren, um den persönlich abzuholen. Und dieser Computer bestand aus einer Leiterplatte und dann hast du ein Tor, den man noch anlöten musste und dann brauchte man noch ein Netzteil und dann konnte man, hatte man keine Software, kein nichts. Und ja, und wenn man Westgeld hatte, konnte man einen C64 sich im Intershop kaufen oder an den Verkauf Zeitungen lesen. Da habe ich mir eine Notiz gemacht, genau. Es gab einen florierenden Markt in Zeitungen. Es gab zum Beispiel die Zeitung Funkamateur. Ich habe hier eine Ausgabe. Ich habe extra eine Späte genommen. 4,89. Also da waren die Messen schon fast gesungen. Vorne drauf ist ein, ja, was ist denn das? Ist das ein russischer Computer? Kannst du das identifizieren? Das ist kein DDR- Ich bin mir ziemlich sicher, dass es kein DDR-Computer ist. Das kenne ich gar nicht. Sieht ein bisschen aus wie Spektrum. Sieht sehr nach einem Sintger-Spektrum aus, aber es wäre auch... Vielleicht ist es sogar... Steht das drin? Die waren ja vielleicht auch AC1-Story, weil hier der AC1, das war so ein Selbstbau-Computer. Ah ja, okay. Das könnte aber auch ein Klon sein, weil in Osteuropa waren die recht beliebt, so ZX81 und ZX-Spektrum-Klone. Ich weiß es nicht, vielleicht jetzt irgendwo. Hinten drin gibt es dann die Anzeigen-Sektion und ein Atari 520 ST, der 89 noch okay gewesen wäre, würde ich sagen. Floppy Maus und Handbücher, Preis 20.000 Mark bei Rutsch in Berlin. Herr Rutsch oder Frau Rutsch hat... Hast du angerufen? Du hast selber darüber auch in dem Buch geschrieben, wer Herr oder Frau Rutsch hat garantiert auch die 20.000 Mark bekommen, oder? Ich denke schon. Man könnte ja anrufen. Vielleicht findet man die Leute noch. Das war aber allerdings dann auch... Der hat ja einen 68.000er-Prozessor, das war also dann schon ein teures 16-32-Bit-System, also kein C64, der nicht so teuer gewesen wäre oder kein Atari 800, der noch ein bisschen billiger gewesen wäre, sondern das war dann eben halt schon ein potentes System, der ja auch unter dem, unter das Embargo fiel zu jener Zeit noch, also unter das Import-Embargo, denke ich mal. Ich finde es also absurd. Zwei Jahre später habe ich mir einen Atari 1040 als meinen ersten neuen Computer von meinem Jugendweilgeld gekauft und das war ein 1.000 Westmark, glaube ich, damals. 20.000 DDR-Mark für einen Atari 520ST und was du hattest in dem Buch, was hattest du für ein Beispiel drinnen? Das war aus einer bisschen früheren Zeit, auch ein Atari, ne? Das waren auch so um die 10 und C64 um die 3.000, 4.000 Ostmark. Ja. Bei einem Verdienst von rund 800 Ostmark, so. Ja. Ich meine, und dann muss man natürlich noch an die Software rankommen, okay, sagen wir mal, alles läuft glatt, dann hat man eben, ja, dann hätte man halt so einen Westcomputer, aber es gab doch ja die DDR-Computer, welche gab es denn? Welche waren denn, welche hätte man denn zur Auswahl gehabt? Neben diesem Selbstbau-Computer Z1013, der ein bisschen unbehaglich war, weil es eben halt nur eine Leiterplatte war, gab es die kleinen Computer, KC85. ist ein bisschen kompliziert, die heißen beide KC85, obwohl die von Robotron Dresden und von Mikroelektronik Mühlhausen kommen und auch verschieden aussehen, aber beide KC85 heißen. Und die sind auch nicht kompatibel, weil wäre ja auch so einfach. Wurde von oben festgelegt, die hatten eigentlich unterschiedlichen Namen, Z9001 und HC900, aber von oben wurde festgelegt, ist keine Konkurrenz, deswegen hießen die KC85-1 und von oben wurde festgelegt, die DDR möchte nicht einen Computer, den man nicht kaufen kann, sondern zwei Computer, die man nicht kaufen kann. Und die durften auch nicht wegen HC, Heimcomputer, sondern die wurden dann in Kleinkomputer umbenannt, ein Begriff. Na gut, es gab ja auch, die sind übersetzt für Mikrocomputer, also im Prinzip im englischen Sprachenraum hat man ja auch teilweise auch Mikrocomputer. Ich finde Kleinkomputer, das ist total recht. Mein Mikro, mein Mikrocomputer. Und diese beiden, die konnte man erst spät kaufen und in geringen Stückzahlen aber, die standen in sehr vielen Schulen, in Computer-AG's, in Betrieben. Damals gab es etwas, was es heute sicher gar nicht mehr so gibt, Patenbrigaden. Also eine Schulklasse, eine Brigade hatte in einem Betrieb und die sich dann gegenseitig unterstützt hatten. Teilweise gab es auch zum Beispiel Berufsschulkabinette, wo Schüler hingen konnten. Bei uns war es so, der Vater einer Mitschülerin, der hat das Rechenzentrum der Uni Leipzig geleitet und die hatten mehrere, die hatten mehrere Kleinkomputerkabinette und in eins von denen konnten wir eben halt einmal pro Woche und dann habe ich so nach und nach festgestellt, dass es in der Uni Leipzig neben diesen großen Rechenzentren und Großcomputern, die ich nie in meinem Leben gesehen habe, eine ganze Reihe von diesen Kleinkomputern in Kabinetten gegeben hat, bestimmt so ein halbes Dutzend. Auch die Volkshochschule Leipzig hatte eins und dann später unser Gymnasium, was in der DDR erweiterte Oberschule hieß. Es gab also durchaus in einer Stadt wie Leipzig die Möglichkeit an vielen verschiedenen Orten angerechnet zu kommen, was in einer kleinen Stadt irgendwo im Land, beispielsweise hier, wo wir hier sitzen, da nicht so möglich war. Na, da konnte man wahrscheinlich tatsächlich mal eine Stunde pro Woche in der Informatik AG. Ich wollte gerade sagen, in der Schule, ja. Wir hatten ein Computerkabinett in der Schule und wenn wir, ich weiß nicht mehr, welches Fach das war, dann sind wir da hin. Das war ein zugiger, also zugiger Baracke, muss man, kann man ja noch sagen. Und da standen dann KC, KCs, es gibt da verschiedene. Also hier verlinke ich natürlich in den Shownotes so ein bisschen diese ganze KC-Story, dass sich jeder mal angucken kann, welchen er davon, oder sie davon am liebsten nicht haben möchte, weil die Dinger sind, also die sehen schon mitunter cool aus, aber mindestens der eine hat eine Tastatur, die ist so zum Wegrennen, dagegen ist die, also die ist mindestens in einer Liga, zumindest da waren sie gleich auch mit dem Westen, wie diese Leichenfleisch-Tastatur vom Sinclair. Das sind praktisch kleine, das ist wie ein langgezogenes Tick-Tack und darauf soll man dann tickt, das ist eine Tastatur, die ganze Tastatur besteht daraus. Und auch die Tastatur vom KC 85-4, ich habe so ein Ding mal besessen, weil ich es 1990 am Straßenrand gefunden habe und nicht umhin konnte, das dann zu adoptieren, weil ich dachte, okay, komm, das ist jetzt aber auch Mist, also kann sie nicht wegwerfen. Und damit zu tippen ist auch der absolute Horror. Ging aber und wenn man nichts anderes hatte, war es auch okay. Und ich meine, das Ding konnte zumindest Farben anzeigen, was hauen konnte, ist auch nicht. Aber kam, also, und jetzt müssen wir noch den Zeitrahmen setzen, ab 84 auf den Markt, aber wie du schon gesagt hast, erst später gab es dann halt so eine weitere Verbreitung. Aber die DDR wollte, also jetzt klingt das so ein bisschen, als ob okay, dann hatten die alle nichts in der schweren Zeit, aber die wollten eigentlich schon, dass wir jungen Leute uns auch mit Computern beschäftigen. Das ist irre, was es alles gab. Es gab Fernsehsendungen, Informationen, wo man sich auch programmieren lernen konnte oder so Themen wie Datenbanken. Es gab Radiosendungen, es gab jede Menge Bücher und Zeitschriften und eben halt diese Möglichkeit, dass wir Schüler in ganz verschiedenen Ebenen an diese Computer rankamen, eben in Schulkabinetten, Betriebskabinetten, Unikabinetten. Und als Leipziger hatten wir noch einen weiteren Vorteil, die Leipziger Messe, wo diese Computer auch standen, übrigens auch Westcomputer, zweimal im Jahr, die große Frühjahrs- und Herbstmesse und das ostdeutsche Gegenstück zur Jugend forscht, die Messe der Meister von Morgen. Wo ich zum Beispiel an einer Schulmesse teilgenommen hatte mit einem Programm, mit einer Software und habe da sogar einen Preis gewonnen. Dann gab es noch die Kreismesse, die natürlich dann auch in Leipzig war und die große Zentrale, sozusagen die DDR-weite Messe, die war auch in Leipzig. Also gab es so mehrfach pro Jahr die Möglichkeit, an so einen Computer zu kommen und wir hatten bei Leipzig in Böhlen auch die größte Convention, kann man sagen, wo dann die ganzen Freaks sich getroffen hatten in einem Kulturpalast Böhlen. Über 1000 Leute kamen da. Das waren allerdings fast nur Westcomputer, die sie mitgebracht haben, viel Atari. Atari war in der DDR wohl verbreiteter als C-65, weil preiswerter. Also wenn man wollte, hatte man die Möglichkeit, in seinem Zirkel, das ist auch interessant, obwohl die DDR so klein war und so wenig Computer gab, gab es verschiedene Communities. Ich war in meiner kleinen Computer-Community, hatte so gut wie keinen Kontakt zu den Westcomputer-Leuten und wusste gar nicht, wie verbreitet sie sind. Oder Z1013, das war ein Gerät, was ich zu meinen DDR-Zeiten, glaube ich, nie gesehen hatte, obwohl es der meistverkaufte, in Privathaushalten verbreitete DDR-Community war. Damit meinst du 300 Stück? Keine Ahnung, wie viel das dann am Ende war. Ja, okay. Das Interessante ist, dass es da eben halt so Communities gab, die sich über Clubs, es gab irrsinnig viele Clubs in der DDR und so viele Möglichkeiten. Es war natürlich so generell in den 80er Jahren noch schwieriger. Kaum jemand hatte ein Telefon und man hat sich also Postkarten geschrieben, hallo, ich komme am Wochenende vorbei. Dann ist man irgendwie nach Jena gefahren mit dem Zug, hat da eine ganze Nacht Kassetten getauscht und ist dann am nächsten Morgen dann wieder zurückgefahren und hatte dann neue Software. Aber das war ja am besten nicht ganz so anders, obwohl es natürlich schon mit Disketten schneller ging und man theoretisch das auch per DFÜ dann hätte machen können. Mode, Mode vielleicht auch Mehlboxen, das gab es in den 80er Jahren auch schon, dass man über Mehlboxen an frische Software kommt. Das passt ja eigentlich auch ganz gut zu dem Ort, an dem wir uns heute befinden, nämlich wir sind ja nicht umsonst hier in Garitz. Das ist einerseits so ein bisschen auf der Hälfte zwischen dir und mir, das liegt so ein bisschen zwischen Leipzig und Berlin-Potsdam und hier findet einmal im Jahr das KC-Treffen statt. Das heißt Leute, die Kleinkomputer, wobei ich war jetzt gerade drin, das sind nicht nur Kleinkomputer, das ist auch mein, also der von mir so favorisierte PC1715 mit dabei und auch ein Haufen andere Rechner und man trifft sich hier traditionell in Garitz, in diesem Landgasthof, wenn man reinguckt, ein Traum in Braun. Also ich habe allen, denen ich gesagt habe, okay, was mache ich jetzt hier am Wochenende? Ich fahre in die DDR, die haben mich alle mit großen Augen angeguckt, aber wenn man sich die Rechner anguckt und diesen Raum, ist toll. Und auch hier wird natürlich getauscht und wird Wissen ausgetauscht, vor allem die alten Rechner zu erhalten. Diese Community von Leuten, die damals, hast du gesagt, okay, du warst so eher in der DDR-Computer-Szene unterwegs, sind die Leute, die heute dann hier sind und die heute sich auch noch dafür interessieren, ist das deckungsgleich oder sind da einfach Neue dazugekommen oder sind da Leute vielleicht auch aus dem Westen oder irgendwo dazugekommen? Also ich merke, dass international hat das Thema faktisch gar keine Bedeutung, aber in Deutschland ist mein subjektiver Eindruck, hat es an Bedeutung gewonnen oder ist das Thema ein bisschen jetzt geläufiger, oder? Nur wegen des Buches. Natürlich. Und es wird es auch jetzt. Also jetzt, aber spätestens jetzt ist die Sache gesetzt. Also das Buch wurde ja auch deswegen geschrieben, weil ich ganz oft festgestellt habe, dass im Westen überhaupt niemand weiß, dass es überhaupt Computer gab und wenn ja, was? Wenn einer Computer sammelt, also wenn einer anfängt, Computer zu sammeln, dann fängt er auch nicht mit Kleinkomputern aus der DDR an, sondern Atari, ZX-Spektrum, C64, dann vielleicht noch, eher dann sogar noch ein Apple II oder ein Macintosh. Das heißt also, das steht in der Sammlerliste nicht weit oben. Die meisten Leute, die hier bei diesem KC-Treffen, was es übrigens schon seit Ewigkeiten gibt, also seit rund 30 Jahren, ich glaube, das erste war so 95 herum, also das ist eines der dienstältesten Retro-Treffen überhaupt in Deutschland und mit rund 100 Teilnehmern auch nicht, das gehört nicht zu den Kleinsten. Die allermeisten Leute, die sind natürlich mit dem KC aufgewachsen, die haben teilweise über Robotronen gearbeitet, haben das in der Lehre gehabt, haben damals Spiele programmiert oder gespielt und sind in diesem Thema nie, so wie ich ja auch, sind nie ganz von dem Thema abgekommen und tatsächlich wird hier ganz viel gelötet, es wird repariert und es werden Lösungen geschaffen, wie auch ich. Ich habe zum Beispiel an eben halt Module gebeten, wo schon Spiele drauf gespielt sind und dass ich meinen kleinen Computer einschalten kann und dass ich dann schon Spiele melde, ohne die von Kassette laden zu müssen. Mir wurden meine Tonbandkassetten digitalisiert, auch von anderen und es werden so Lösungen geschaffen, wie man den kleinen Computer ans Internet anschließt oder eben halt so bequeme, irgendwelche Lösungen geschaffen, um irgendwas zu realisieren, was es früher nicht gab. Es ist ja auch so, dass Sie, also spezifisch, wenn ich mich jetzt an meinen PC 1715 erinnere, über den ich mal irgendwann einen Artikel schreiben möchte, weswegen ich jetzt zum Beispiel auch hier bin, um Software zu erwerben, meine Frau jetzt gerade da drin, wenn er die Runden zieht mit einer Packung Disketten und versucht ein paar Programme zu ergattern, die wir brauchen, weil wir nur eine einzige funktionsfähige Diskette haben, auf der lediglich ein paar Spiele drauf sind und die kaputt ist auch noch zu dem und das System auch nicht wirklich funktioniert. Deswegen sind, unter anderem sind wir auch hier, aber es ist ja auch so, dass man braucht auch bei bestimmten Sachen, wenn ich mir den so angucke, braucht man auch Hilfe. Alles, was an Kabeln existiert, an Anschlüssen existiert oder, naja, nicht bei den KCs, stimmt das nicht ganz, aber spätestens, wenn man eine Nummer größer bei den professionelleren Rechnern landet, dann ist nichts davon in irgendeiner Weise heute noch normgerecht irgendwie erhältlich, oder? Also es ist ja auch, selbst die Datenübertragung wird dann irgendwann zum Problem, ne? Alles, auch zum Beispiel, selbst die kleinen Computer, die haben ja ganz komische Buchsen, dass man dann sich ein spezielles Kabel zusammenlöden lassen muss, in meinem Fall, weil ich ein technischer Laie, das heißt, wenn ein Gerät nicht angeht, dann bringe ich das zu Community und die hilft mir. Meistens sind es nur Kleinigkeiten, irgendein Kondensator oder eine Sicherung muss ersetzt werden. Also, und die kennen sich damit aus und haben mich schon so oft Dinge wieder flott gemacht, die ich mal bekommen habe. Lerncomputer LC80, Dinge überprüft, man solle auch ein Gerät, der 30 Jahre, ein Computer, der 30 Jahre nicht eingeschaltet war, dann sofort einschalten, sondern erstmal lieber so gucken, was da passieren könnte, nicht, dass da explodiert beim Einhalten. Du hast hier auch eine schöne Geschichte drin, das führt mich direkt dazu, dass du hier eine Geschichte drin hast, wo jemand erzählt, dass er 2011 seinen Job angefangen hat in irgendeiner Firma und kommt in einen Raum und sieht einen Original-GDR-Kleinkomputer. da stehen und wie jeder normale Mensch fragt er sich natürlich, was macht der da? Und stellt sich raus, der ist integral für irgendeine Sache in diesem Betrieb zuständig. Das hält ja auch ewig. Ich habe auch manche Taschenrechner aus DDR-Zeiten haben noch ihre alten DDR-Batterien fand damals. Dieses Zeug aus den 80er-Jahren, das ist auch unverwüstlich, weil anders als moderne Spielkonsolen, die einen Laser haben oder andere fragile Teile, das hält eben halt ganz lange. Die Tonbandkassetten, die machen Probleme, teilweise auch so die Riemen, diese Gummiriemen. Alles, was mechanisch ist. Und dann, ich glaube, oder ich weiß zumindest nicht von solchen Problemen, wie viele, wie einige von den anderen, späteren, neueren Computern haben, dass die Bauteile, zum Beispiel die Elkos oder so, dann irgendwie schlecht werden. Das wüsste ich jetzt nicht bei den DDR-Sachen, dass da irgendwas notorisch kaputt geht. Aber es ist halt, der Aufbau ist natürlich auch simpler. Also eben so wie ein C64 oder so. So, okay. Wir sind jetzt, wir bewegen uns ein bisschen in Richtung Ende. Wir kommen dann gleich noch zu den Spielen. Ich wollte noch mal zur Community, wollte ich noch einen Aspekt hervorheben. Da gibt es, glaube ich, auch ein tolles Video zu. Ich sehe mal zu, ob ich das finde und in den Shownotes verlinke, dass nämlich es einen legendären Computerclub gab im Haus der Jungen Talente in Berlin, wo wirklich die Szene tobte und wo, also man kann jetzt keinen Podcast machen über die DDR, um wenigstens einmal das Wort Stasi zu erwähnen, weil es ist ja schon auch so, dass der Staat in ganz vielen Punkten natürlich kein Interesse daran hatte, dass die Leute Informationen komplett frei austauschten. Also nicht ohne Grund gab es in der DDR keine Kopiergeräte, keine Vervielfältigungsgeräte jeglicher Art, um zu verhindern, dass halt irgendwer irgendwelche Flyer und Aufrufe macht. Und alles, was Leute gemacht haben, wo mehr als ein oder zwei Personen aus dem Familienkreis beteiligt waren, hatte bitte schön einen gesellschaftlich akzeptierten und angemeldeten Rahmen zu besitzen. Sprich, war eben eine AG, war ein Verein in irgendeiner Form und der war wiederum angegliedert einer weiteren Organisation. Und so haben die das im Haus der Jungen Talente zwar auch gemacht mit ihrem Computerclub, aber intern herrschte da irgendwie Freiheit, ja? Ja, in dem Buch ist ganz wenig Stasi aus verschiedenen Gründen. Zum einen war das für mich als Teil der DDR und als Teil der Szene ein ganz unpolitisches, unschuldiges Hobby im Gegensatz zu ganz vielen anderen Sachen. Na, man war ja Zwangsmitglied in der Pionierorganisation und dann in der Freien Deutschen Jugend und alles hatte irgendwie mit Freundschaft und Sowjetunion und Politik zu tun. Alles war politisiert. Währenddessen mein Computerhobby war völlig unpolitisch, das ist das eine. Dann hat natürlich die Stasi diesen Club so untersucht und besucht, aber es kam eben halt zu keinen Konsequenzen. Man hat das nur beobachtet und ich hatte eher den Eindruck, dass die Stasi das teilweise eher gefördert hat, dass die DDR Interesse daran hatte, dass DDR-Computer, das westliche Computer in die DDR kommen. Also das man, es gibt ja auch Beispiele, auch im Buch erwähnt, dass die Stasi sogar teilweise geholfen hat, dass Hochleistungskomputer in die DDR kamen, weil die eben halt nötig waren. Also die hat dann teilweise eher unterstützt. Andererseits, was Computerspiele betrifft, hat man doch sehr über die westlichen Spiele geschimpft. Also wenn man so im neuen Deutschland immer schief nach Computerspiele... Ich habe heute noch vor Augen eine Folge vom Schwarzen Kanal. Genau. Wer nicht weiß, was das ist, einfach bei YouTube nachgucken und viel Freude daran haben. Eine Folge, ich weiß nicht warum, aber die hat sich bei mir eingebrannt, die ich als Kind gesehen habe, wo es um westliche Computerspiele ging. und alles, was ich damals dachte, war wow. Also diese Grafik, das war der Blick, das war der Blick in diese andere Zivilisation, keine Ahnung, wie man das nennen möchte. Die haben das natürlich verteufelt, aber das hat natürlich, wie das auch heute und wie das immer bei den Jugendlichen, das war am besten ja nicht anders, das hat natürlich dafür gesorgt, dass man das extra toll fand. In dem Buch ist ja auch eine tolle Geschichte von dem Leiter dieses Clubs in Berlin, der nur Westcomputer hatte, dass die NVA, also die Nationale Volksarmee, auf ihn zugegangen ist und hat gesagt, bring doch mal deine Computer mit zu einer Vorführung und hat vor Offizieren westliche Computerspiele und vor allem Flugsimulationen vorgeführt. Also die wollten das tatsächlich sehen, was man so mit Computern machen konnte. Und generell habe ich den Eindruck, dass die DDR ein großes Interesse hatte, dass die Bevölkerung sich Computern zuwandte und dann eher geholfen hat. Und man hat die auch vielleicht einfach so machen lassen. Die Wende, die kam ja dann eben halt schon im Herbst 89. Das war also auch generell ein kurzes Zeitfenster. Kommen wir zu den Spielen zum Ende. Ich habe einen Artikel, verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Ich muss hier immer, ich muss hier immer mal Markierungen machen, sonst ich verspreche dann immer, dass wir das irgendwo verlinken. Ich warte noch darauf, dass ich irgendwann mal was vergesse. Aber egal, ich versuche mich daran zu erinnern. Ich habe einen Artikel darüber geschrieben, weil ich selber eins besitze, ein Bildschirmspiel 01. Das einzige Videospiel der DDR. Und dabei stammt zumindest das Innenleben und das eigentliche Programm natürlich nicht aus der DDR. Genau, aus dem Westchip, der Pong-Chip. Das ist von einer Firma damals für alle von denen, also auch in der Bundesrepublik waren die weit verbreitet, diese kleinen Konsolen, die nur ein einziges Spiel konnten. Also Pong in verschiedenen Versionen. Und die DDR hat in den 80ern beschlossen, oder Ende der 70er. Das brauchen wir jetzt auch. Das ist auch schräg, oder? Also warum brauchten die, das ist doch total, das ist doch ausgedacht. Also es braucht doch keiner. Also ich stelle mir vor, wie jemand bei einer Parteiaussitzung irgendwie dann da sitzt und sagt jetzt dieses, da läuft da irgendwie Pong auf dem Fernseher und die sagen, jetzt brauchen wir das. Wozu hätte man das brauchen sollen? Es war wohl so, dass die auf der Hannover Messe, damals gab es die CeBIT noch nicht, die Konsole gesehen haben und haben dann sich gedacht, das brauchen wir auch. Und in den 80er Jahren war das ja alles sehr viel entspannter. Ich habe so viele Hollywood-Filme im DDR-Kino gesehen, so Filme wie E.T. beispielsweise, Unheimliche Begegnung der dritten Art. Und auch Popmusik war dann auch erlaubt, Michael Jackson erschien auf Schallblättern und viele andere. Also ich glaube, die DDR hat versucht, den Jugendlichen das Leben in der DDR schmackhaft zu machen, indem eben halt Konsumgüter wie Taschenrechner, Kassettenrekorder, Mopeds verfügbar waren. Und eben halt auch das Thema Beatsmusik, was ja vielleicht zehn Jahre vorher noch streng verboten war. Also Musik wurde dann noch, ich war zum Beispiel, wie gesagt, ich bin Jahrgang 70 in den 80er Jahren oft in Diskotheken und dann lief praktisch kein einziges Lied aus der DDR, obwohl es diese Regel eigentlich gab. Es gab im Radio, was war das, 60-40? Oder irgendwie sowas. DT-64. Ja. Und wir konnten ja auch... Ich meine, die Regel war 60-40, glaube ich. 60 DDR, 40 ausländische. Irgendwas gab es, irgendeine bescheuerte Quote, ja. Die 60-40-Regel, genau. Ach, deswegen heißt DT-64, DT-64? Nee, 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 nee. Das wäre aber schreck. Das würde aber... Nein, nee. DT-64, das hat der Name, der kommt, glaube ich, vom Jahr 64. Ich glaube, das war irgendein Jugendkongress oder so. Okay. Ich habe es vergessen, ich habe es mal gewusst. Ich hatte auch immer Maxi Maximal gehört. Ich glaube, das war auf NDR 2 und da hat man... Und DT-64 hat aber immer ganze Schallplattenseiten vollständig abgespielt. Das war zum Beispiel auch so, dass man auf die Jugend zugehen konnte. Die konnten sich die Schallplatten nicht kaufen, aber die konnten sich eine ganze Schallplatte aufnehmen, indem die komplette Schallplattenseite im Radio gespielt wurde. Natürlich konnte man sich Schallplatten kaufen, wenn man entsprechendes Geld hatte. Also ich... Das mal um so eine Einordnung zu haben. In der DDR ein Poster aus der Bravo, Westdeutsche Jugendzeitung, von der damals angesagten Band Depe Schmoth. 30, 40, 50 Mark. Kann schon sein. Ja. Also... Oder was auch beliebt war, waren diese Anstecker. Ja, habe ich noch... Buttons. Habe ich sogar noch einige... Mit Alf drauf oder sonst irgendwas. Das war ein Knaller, wenn du damit ankommst. Und da hast du recht. In den 80ern nahm das ab, dass solche Sachen angezählt wurden. Ich kann mich zwar erinnern, dass mindestens einer meiner Mitschüler damals nach Hause geschickt wurde, weil er ein falsches T-Shirt trug. Allerdings handelt es sich da um ein Star Wars T-Shirt, auf dem Darth Vader abgedruckt war. Also, dass er damit... Also, bei dem, sag ich jetzt mal, knallhartesten Lehrer... Es gab ja auch unterschiedliche Abstufungen davon, wie die Leute so drauf waren. Und dass er damit nicht ankam, das war irgendwie klar. Der musste sich umziehen. Aber ansonsten, Mickey Mouse, solche Anstecker, das war... Irgendwann ging das alles so ein bisschen. Und was auch ging, war plötzlich, Spielautomaten zu haben. Denn das ist das andere. Also, in dem Namen... Jetzt kommen wir zum Ende hin. Wie gesagt, wir können natürlich nicht alles, was in diesem Buch steht, hier einmal durchnehmen. Aber es heißt ja, von Robotron bis Polyplay... Wir landen jetzt am Ende bei Polyplay, dem einzigen Spielautomaten der DDR. Hast du den in DDR-Zeiten erlebt? Den habe ich erlebt. Zum Beispiel in Hotels. Ich habe mal mit meiner Mutter in den 80er Jahren einen Klink. Das war so ein Schlosshotel. Urlaub gemacht. Da gab es unter anderem Polyplay-Automaten. Ich habe allerdings auch Westautomaten gesehen auf der Kleinmesse, die es heute immer noch gibt. Bleibt sogar Kleinmesse im Jahrmarkt. Da standen Westautomaten. Die waren auch legitim und konform. Da habe ich zum ersten Mal Spiele wie Donkey Kong gesehen. Fand ich total faszinierend. Es gab also diese Polyplay-Automaten, die standen schon, gerade in Berlin, so im Palast der Republik und so. und im Freizeitzentrum FEZ. Da standen diese Polyplays und die haben mir auch viel Geld eingespielt. Also der DDR hat auch viel Geld verdient, weil die sehr lukrativ waren. Man musste ja immer Geld reinstecken, 50 Pfennig. Und da habe ich neulich mit meiner Frau, als wir uns das Buch zusammen angesehen haben, habe ich das auch durchgelesen. Und sie kam dann zu mir und meinte, ja guck mal hier, Polyplay 50 Pfennig. Und ich meinte, nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass 50 Pfennig übersetzt hat. Ich weiß, dass ich auch in einem Urlaub war mit meinen Eltern. Wahrscheinlich in irgendeinem, ja, wo man halt so war. Und da gab es, weiß ich auch noch wie heute, so ein bisschen unter einer Treppe. Das war auch Ende der 80er Jahre. So ein bisschen weiter ab vom Schuss stand so ein Automat. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich davon nicht, dass ich da nicht mehrere 50 Pfennig-Stücke reinstehe. Das ist ja absurd viel Geld gewesen damals. Mit 50 Pfennig hättest du dir 10 Brötchen kaufen können oder Eiskugel, was war das, 20 Pfennig oder so? Das waren zweieinhalb Eiskugeln fast. Also ich glaube nicht, dass ich 50, vielleicht gab es da Einstellungen, dass man auch 20 draus machen konnte, weil das ist ja üblich bei Spielautomaten. Bei 50 ist echt viel. Oder du ärgst dich. Oder ist Irmis und wir waren einfach stupide reich, was ich mir nicht vorstellen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 50 Pfennig reichstehe. Aber okay. Die Spiele da drin, kannst du dich erinnern, ob du die gut fandst oder nicht? Die waren natürlich so auf dem untersten Level der Kleinkomputerspiele, die ich ja damals geliebt und gespielt hatte. Und ein Pac-Man-Klon, der ist so ganz ähnlich. Also das sind ja eher so Arcade-Spiele, einfache Spiele. Und ich habe dann durchaus schon komplexere Spiele gern gespielt, wie das Taktik-Spiel Enterprise mit der Musik von Star Wars, witzigerweise. Und was ich total faszinierend fand, das war mein allererstes Text-Adventure mit Strichgrafiken. Also diese Art von Spielen, die hatte ich überhaupt gar nicht gekannt und fand das ganz faszinierend. Also einige Spiele, die waren dann schon komplex, aber ganz viele Räume, wie mein Lieblingsspiel Banyan Gappy, was heute immer noch Spaß macht, wenn ich das auf Veranstaltungen aufbaue, dann sitzen die Leute dran und spielen das ganz lange. Ich versuche mal zu, hier, also ebenfalls versuchen wir zu verlinken, so ein bisschen was zu KC-Spielen und Emulatoren, dass man sich das mal runterladen kann. Es gibt da eine tolle Website, wo man die direkt im Browser spielen kann und da kann man auch Banyan Gappy spielen. Also weil ich fand die nämlich, ich fand die nicht gut. Ich fand die Pulli-Play-Spiele nicht gut. Das ist richtig. Die waren einfach knüppelhart. Also du hast, wenn du nicht das 10.000 Mal gespielt hast, was natürlich der Punkt ist bei so einem Spiel, dass du da immer mehr Geld reinschickst, da hattest du so gar keine Chance. Und wenn du da so ein Stippi bist und stehst da vorne, kannst du da kurz kaum rübergucken. Die Spiele Hirschjagd, Hase und Wolf, Abfahrt. Ich glaube, das Einzige, was ich okay fand, war, glaube ich, Abfahrtslauf. Das ist einfach eins zu eins, wie man das von Atari 2600 kennt. Man sieht halt so eine kleine Skifahrerfigur, den da runterrasen. Man sieht ja schon den Vergleich zwischen, hier sind ja viele Bilder von Pulli-Play, aber auch viele kleinen Computerbilder auf einer Doppelseite und da sieht man, dass die KC-Spiele doch schon eine halbe Generation weiter waren, was so. Gut, wenn man gar nichts kannte. Also ich muss dir sagen, zu dem Zeitpunkt kannte ich tatsächlich nur das Bildschirmspiel 01, weil es im Pionierhaus in Potsdam eins gab und ich muss das, ich weiß, dass ich das in den 80ern dort gesehen habe, aber nicht rangekommen bin, weil zu viele Leute damit spielen wollten. Und ich, das Zweite, was ich dann kannte, war eben die Pulli-Play-Dinger, bevor dann in der Schule ich auch mal richtige Computer gesehen habe, das waren aber auch alles Westcomputer, an so einem Tag der offenen, ich weiß nicht, was das war, so wie so eine Art Taktik auf einer Tür, wo Leute präsentiert haben, was sie in ihren AGs machen und da habe ich dann die Computer gesehen. Also ja, das Pulli-Play, meine Kamera machen, 50 Pfennig, ob es das wert ist, ich weiß nicht. Besonders schlimm fand ich, glaube ich, Wasserrohrbruch, was halt daraus besteht, dass du unten bist und von oben die Tropfen und dann muss sie einfangen. Das ist ein Spielprinzip, das ich auch in jeglichen Variationen nicht gut finde. Dann, jetzt kommen wir wirklich gleich zum Ende. Schachcomputer lasse ich aus, habe ich keine Ahnung von. Aber es gibt noch die sogenannten, die wir damals nannten, die Telespiele. Und das sind klitzekleine Handhelds mit LCDs, die Bildschirme, was sie auch noch konnten, die waren gleichzeitig eine Uhr, ein Wecker und konnten meistens eine Melodie abspielen. Und es gab davon eine sowjetische Version von Elektronika mit Hase und Wolf und anderen. Und die sind, wie ich finde, gar nicht so schlecht. Das sind eigentlich Nachbauten oder Abklatsch von den LCD-Spielen von Nintendo. Von den Game & Watch-Sachen. Und die waren in der DDR verbreitet, weil Leute, die aus der UdSSR hierher gebracht haben und für ordentliches Geld im An- und Verkauf irgendwie dargelassen haben. Und die waren dort gar nicht so teuer. Und gleichzeitig gab es aber auch im Intershop und so. Ich habe zum Beispiel auch noch zu DDR-Zeiten so ein kleines LCD-Spiel bekommen mit sogar drei Bildschirmen. Da gab es ja auch nicht nur ein Bildschirm, sondern zum Beispiel zwei Bildschirme übereinander. Und ich hatte eins zum Aufklappen mit drei Bildschirmen. Diamantant hieß das und das habe ich geliebt. Und obwohl das nur ein einfaches mit LCD-Segmenten ein einfaches Spiel war, habe ich das geliebt und wochenlang gespielt. Also es gibt etliches und das ist ein sehr lohnenswertes Thema, um mal ein bisschen abzutauchen und mal einen komplett anderen Blick auf die Computergeschichte in Deutschland zu werfen. Ich finde, man könnte, also da kann man echt so viel noch machen, also auch was Ausstellungen betrifft und was irgendwie, ja, eben betrifft, dass man halt die Leute da so ein bisschen ranführt an diese Vergangenheit. Du hast auf jeden Fall einen entscheidenden Schritt damit gemacht, in dem du das Buch rausgebracht hast. Wir haben einen Schritt gemacht, in dem wir diesen Podcast zusammen aufgezeichnet haben und ich mache einen weiteren Schritt, in dem ich Software besorge für den PC 1715 und dann darüber einen Artikel schreibe, was das eigentlich für ein Computer war und was da drin steckt, weil der hat auch eine spannende Hintergrundgeschichte. Und ich werde mich natürlich schamlos in deinem Buch bedienen. René Mayer, vielen, vielen Dank, dass du mir hier Rede und Antwort gestanden hast. Du hast jetzt gleich noch einen Vortrag hier drin über das Buch. Ich weise darauf hin, dass natürlich alles zum PC 1715 und Robotron auf golem.de nachlesbar ist. Wenn sich da jemals etwas ereignet, irgendwelche Neuigkeiten gibt, dann wird man es auf golem.de lesen. Deine Artikel liest man tendenziell eher beim Mitbewerber heise. Oder bist du in der CT, in der Zeitschrift aufertreten? Hin und wieder vor Jahren, DDA Special, aber schreib 4verheise.de. Genau, da kann man das lesen. Damit haben wir unsere Werbeblöcke hinter uns gebracht. Vielen Dank fürs Zuhören, Themenanregungen und Dankeschön und Bitteschön und alles andere an podcast.golem.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao.